Ja, meine Damen und Herren, liebe Bürger, liebe Baden-Württemberger, ich bedanke mich heute bei der Landesgruppe des Bundestags, ja als Landesvertreter sprechen zu dürfen. Als Landtagsabgeordneter treibt mich um, wie unser Industrieland Baden-Württemberg, das immerhin noch über eine halbe Billion Bruttoinlandsprodukt 2021 zu verzeichnen hat, wie sich unser Baden-Württemberg aufstellen muss, um Industrieland zu bleiben und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Laut einer Studie des Leipzig-Instituts drohen nämlich bei einem Gaslieferstopp aus Russland, der mittlerweile immer wahrscheinlicher wird, fast eine halbe Million mehr Arbeitslose alleine in Baden-Württemberg und ein Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 35 Milliarden. Es drohen also Arbeitsplatzverluste mindestens im sechsstelligen Bereich, wenn nicht sogar im siebenstelligen. Man fragt sich, wie kommen wir also ohne massive Arbeitsplatzverluste aus der Krise und als wirtschaftspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion und auch als Bürger, sehe ich die größten Baustellen aktuell, das wurde ja auch schon angesprochen, beim drängenden Thema der Inflation, die durch die Energiepreisexplosion immer weiter angeheizt wird. Wenn wir Deutschland und Baden-Württemberg aus der Krise führen wollen, dann müssen wir natürlich auch zunächst einmal die Ursachen der Probleme kennen und benennen. Nur so können wir diese auch lösen. Dieser Tage wird ja oft behauptet, dass Corona und Russland in allem schuld sei. Ohne diese Krisen wäre die Inflation nicht spürbar. Lassen Sie sich das nicht einreden. Die Ursachen und die Verursacher sind eben nicht vom Himmel gefallen, wie uns das manche Medien, wie die Öffentlich-Rechtlichen und die Regierung einbläuen wollen, sondern man kann sie sehr oft auf die miserable Politik der Etablierten zurückführen. Es sind eben die etablierten Regierungen, die hier die volle Verantwortung tragen. Und die Weichen für diese extrem wuchtige Inflations- und Energiepreiskrise haben die etablierten Regierungen schon vor Jahren falsch gestellt. Die AfD hat bereits seit der Schuldenkrise vor bald über zehn Jahren, als der Grundstein für die extreme Inflation von den Etablierten gelegt wurde, vor einer Niedrigzinspolitik und einer expansiven Geldpolitik gewarnt, bei welcher die Europäische Zentralbank statt Geldwertstabilität, was sie eigentlich tun sollte, also damit auch die Inflationsdeckelung, die Rettung der Eurozone als Hauptziel ausgegeben hatte. Gerade hier wurde die Axt an unser Finanz- und Wirtschaftssystem gelegt, welches dringend einer Korrektur bedarf. Denn insbesondere die Niedrigzinspolitik ist eine direkte Enteignung der Sparer, die sie in riskante Anlagen zwingt, weil die ehemals sicheren Bänke wie Sparbriefe und Festgeldkonten zu Geldverbrennungsanlagen vorkommen sind. Wobei, wenn wir ehrlich sind, heute ist es ehrlicherweise so, angesichts dieser astronomischen Inflationsraten von über acht Prozent, da können wir gar nicht mehr von Sparen sprechen, denn viele Bürger können sich schlichtweg ihr normales Leben, Lebensmittel, Wohnung, das Auto nicht mehr leisten. Wenn das Monatseinkommen in Deutschland nicht mehr reicht, um über die Runden zu kommen, dann ist das ein handfester Skandal und ein Totalversagen der Regierungen. Wir müssen die Weichen wieder richtigstellen und uns durchringen, den Euro abzuschaffen. Nur noch Volkswirtschaften mit ähnlicher Leistungsfähigkeit sollten in einem Währungsraum verbleiben. Das ist die Lösung, damit unsere Währung wieder langfristig stabil und sicher wird. Und nur so kommt dieses Euro-Enteignungsregime aus Brüssel endlich zu seinem Ende. Neben dem Euro und der expansiven Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ist der größte Inflationstreiber die energiepolitische Amokfahrt der Altparteien, auch Energiewende genannt. Und ich kann Ihnen sagen, alle anderen Fraktionen, außer der AfD im Landtag von Baden-Württemberg, behaupten weiterhin auch CDU und FDP, dass die Energiewende und erneuerbare Energien ein Wettbewerbsvorteil seien und wir doch noch stärker darauf setzen sollten. Dazu hatten wir erst letzte Woche wieder eine Plenardebatte über Standardfaktoren und Ansiedlungen von Unternehmen im Ländle. Da kann ich nur den Kopf schütteln, die Energiewende hat uns doch die teuersten Strompreise der Welt mit über 32 Cent pro Kilowattstunde verschafft. Ein ungeheurer Wettbewerbsnachteil. Und sie hat uns erst in die Abhängigkeit unter anderem vom russischen Gas getrieben. Gerade wegen der verkorksten Energiewende wollen uns die Unternehmen doch reihenweise verlassen. Es ist schon unglaublich, was für ein Irrsinn uns in diesem Landesparlament erzählt wird. Ja, und lassen Sie sich auch nicht einreden, die Inflation käme jetzt plötzlich wegen des Ukraine-Kriegs. Denn wir hatten schon vor dem Ukraine-Krieg, und da hatten wir von der AfD-Fraktion im Landtag eine aktuelle Debatte dazu beantragt. Vor dem Ukraine-Krieg hatten wir Inflationsraten von 74 Prozent bei Strom und von 121 Prozent bei Erdgas. Gelesen haben Sie davon nichts, weil die Presse wieder nicht berichtet hat. Wir plädieren deshalb auch für echte Entlastungen, die jetzt dringend notwendig sind. Sprit- und Energiepreise durch Steuersenkung vergünstigen, CO2-Steuer abschaffen, Mehrwertsteuer aussetzen auf Energie, EEG-Umlage abschaffen. Und wir müssen auch darüber debattieren, ob das kurzfristige Ende von Nord Stream 2 nicht doch ein Fehler war. Das wäre verantwortungsvolle Energiepolitik für die eigenen Bürger, insbesondere für unser energiehungriges Bundesland Baden-Württemberg. Eine Politik, welche hunderttausende Arbeitsplätze erhält, gibt es offensichtlich nur noch mit der AfD. Und besonders gefährlich für unsere Wirtschaft bleibt die radikale Position der Landesregierung in Sachen Corona-Maßnahmen. Nicht wenige Gastronomen, Hoteliers und Einzelhändler droht bei erneuten Maßnahmen das endgültige Aus. Ich habe da sehr viele besorgte Anrufe bekommen in den letzten Monaten. Es gab jedoch sogar für einen kurzen Moment, das hätte man gar nicht gedacht, einen Lichtblick in der Landesregierung. Man kann es kaum glauben. Der sonst so restriktive Gesundheitsminister Lucha bezeichnete Corona vor einigen Monaten als Grippe, mit der man zu leben lernen müsse. Da denkt man, ja, endlich mal eine vernünftige Aussage der Regierung. Und prompt wird der Minister vom Ministerpräsidenten Kretschmann zurückgepfiffen. Und obendrauf kommt ein Abwahlantrag der Oppositionsfraktionen, FDP und SPD im Landtag. Das finde ich doch sehr bezeichnend für dieses Land. Wenn dann mal jemand aus der Regierung was Vernünftiges sagt, bekommt er sofort den Rüffel und droht entlassen zu werden. Ich sage Ihnen ehrlich, ich hätte erwartet, dass angesichts der echten gigantischen Probleme durch die Inflation dieser Corona-Maßnahmen-Spuk endlich mal zu Ende wäre. Aber weit gefehlt. Es drohen leider Widerschließungen oder mindestens 2G und strikte Corona-Maßnahmen im Herbst. Gerade der Ministerpräsident Kretschmann forderte den Bund auf, abherrscht wieder rigide Corona-Maßnahmen zu forcieren. Maskenpflicht, Testpflicht, sogar Ausgangssperren fordert er. Mit Kretschmann und dieser Landesregierung steuern wir auf einen dauerhaften Ausnahmezustand hin. Nur die AfD-Fraktion stellt sich im Landtag entschieden gegen diesen Dauerausnahmezustand, der übrigens verfassungsrechtlich hochbedenklich ist. Und da kann man doch auch mal hinterfragen, wie verhält es sich eigentlich mit Recht und Redlichkeit im Landtag? Gerade bei denjenigen Etablierten, die immer wieder von sich behaupten, sie sind so anständig und wir als AfD, wir sind so unanständig. Laut der Geschäftsordnung stand der AfD-Fraktion im Landtag in der letzten Legislaturperiode als stärkste Oppositionskraft der Landtagsvizepräsident zu. Dieser wurde letzte Legislatur aus Kostengründen, hat man es damals gesagt, verwehrt. Und jetzt in der neuen Legislatur, trotz Corona und Haushaltsproblematik, wurde der SPD ein zweiter Vize zugestanden. Da fragt man sich auch, haben wir jetzt das Geld plötzlich? So schnell geht es, und da sieht man, die Etablierten biegen sich das Recht zurecht, wie sie es wollen. Sogar noch schlimmer, die biegen sich nicht nur zurecht. Statt das Recht durchzusetzen, werden sensible Informationen durchgestochen, wie übrigens der Innenminister Strobel, der möglicherweise, das ist noch nicht ganz sicher, Dienstgeheimnisse um die Affäre des obersten Polizeiinspektors an die Presse durchgesteckt haben soll. Und der kommt noch, der kommt immer mehr noch on top. Der Strobel hat dann sogar noch die staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen das eigene Innenministerium unterbunden. Das muss man sich vorstellen. Ermittlungen gegen das eigene Haus werden unterbunden. Deshalb gibt es jetzt zu Recht einen Untersuchungsausschuss im Landtag zur Causa Strobel. Und das ist schnell der Einzige, der es nicht zu ernst nimmt mit der Wahrheit oder dem Recht. In einer Auseinandersetzung, wo ich auch noch sehr frisch im Landtag war und eigentlich dachte, die Abgeordneten sind da sehr redlich und versuchen nicht zu lügen. Da bin ich davon ausgegangen. Aber in einer Auseinandersetzung mit dem Kollegen Wirtschaftssprecher Mack, da hatten wir gefordert, letztes Jahr im Herbst, wir wollen nicht wieder Corona-Maßnahmen, wir wollen nicht wieder, dass die Betriebe schließen. Übrigens haben sie dann wieder geschlossen und die Weihnachtsmarkte wurden auch untersagt. Also es ist alles so gekommen und wir wollten es mit dem Antrag verhindern. Und jetzt müsste ja normalerweise der andere Abgeordnete hingehen und uns wirklich da inhaltlich mal ansprechen drauf. Was macht der Kollege Winfried Mack? Er geht hin und er lügt einfach ganz dreistisch. Er hat einfach behauptet, ja die AfD, die will eine Faktenlage jetzt beschließen. Ha ha ha. Und hat es ins Lächerliche gezogen. Und da war ich selber verwundert und dachte mir, oh, könnte er vielleicht Recht haben? Haben wir da irgendwas falsch gemacht, weil ich eben noch neu war? Ich wusste nicht, dass die so dreist lügen. Und da haben wir nachgeschaut. Da hat er einfach gelogen. Denn in unserer Begründung stand drin, das hat er sich rausgenommen, hat er einfach abgeändert. Da stand drin, dass wir keine Faktenlage beschließen wollen, sondern aufgrund der veränderten Faktenlage wollen wir keine Corona-Maßnahmen im Herbst. Das stand drin. Und was haben wir bekommen? Jemand, der wirklich hinsteht und ganz dreist lügt. Und ich finde, sowas ist unter aller Kanonen. Das gehört sich auch nicht in parlamentarischen Debatten. Und viele Bürger sagen uns ja, ihr habt ja Recht, aber die AfD in den Landtagen und in den Parlamenten, da kann sich doch sowieso nichts ändern. Ihr regiert nicht, also ändert ihr auch nichts. Und ein Beispiel aus dem Landtag zeigt, dass dem eben nicht so ist. Die Innenstädte drohen durch Corona-Maßnahmen und Online-Handel auszusterben. Wir als AfD-Fraktion im Landtag haben uns schon vor einem Jahr federführend durch meine Person angenommen und die Regierung mit Anträgen unter Druck gesetzt. Und die Anträge waren wirklich gut. Und was war dann? Wenige Wochen nach unserem Antrag reagierte die Regierung, die das Innenstadtsterben zuvor überhaupt nicht auf der Agenda hatte. Sie reagierte mit einem Förderprogramm mit über 5 Millionen zur Unterstützung der Innenstädte. Übrigens, SPD und FDP als Opposition sprangen dann ganz schnell auch noch auf unsere Forderung auf. Und auch wenn die 5 Millionen nicht viel sind, auf ganz Baden-Württemberg betrachtet, hier kann man ganz klar sehen, dass AfD-Fraktionen wirken, ohne überhaupt an der Regierung beteiligt zu sein. Deshalb seien Sie nicht pessimistisch, weil wir noch keine Regierung stellen. AfD wirkt und das ist gut so, meine Damen und Herren. Und ich will gar nicht wissen, wo dieses Land stünde, wenn es die AfD nicht in sämtlichen Parlamenten geben würde. Ja, neben der Frage auch des Wohlstandsverlusts, muss ich als migrationspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion noch ein kurzes Wort über die Sicherheitslage in Baden-Württemberg verlieren, was ja auch vom Kollegen Martin Hess bereits sehr gut erläutert wurde. Was mich da immer wieder aufregt, die CDU als Teil der Landesregierung, die inszeniert sich ja immer noch trotz unkontrollierter Massenmigration als Sicherheitsfaktor in Baden-Württemberg. Viele Bürger wissen nicht, dass die CDU im Land klar Positionen gegen eine restriktive Migrationspolitik bezieht. Erst letzte Woche zur Plenardebatte wurde das wieder bewiesen, als der parlamentarische Geschäftsführer Deutschle von der CDU, die FDP für migrationskritische Aussagen bezüglich der Merkel-Jahre, verbal scharf attackierte und damit letztlich die illegale Massenmigration seiner Partei sogar noch verteidigte und rechtfertigte im Plenum. So miserabel der Zustand der CDU ist, dementsprechend miserabel ist auch die Bilanz der Landesregierung in Sachen Migrationspolitik. Die Zahl der Abschiebungen in den letzten Jahren wurde annähernd halbiert. Über 30.000 Ausreisepflichtige allein in Baden-Württemberg, es werden nicht weniger, sondern immer mehr. Die Abschiebebehörde wurde personell schlecht besetzt, vielleicht ist auch Absicht dahinter, und unterfinanziert. Abschiebetermine werden durchgestochen oder gar von einem migrantischen Mob, das war bei mir in Ellbangen, da wurde ein Abschiebetermin mit Gewalt verhindert, das ging ja dann auch in die Presse. Die Landesregierung zeigt ganz offen, an der illegalen Migration will man nichts ändern, im Gegenteil, man begrüßt die auf Bundesebene vorgesehene Ausweitung des Familiennachzugs, die Verfestigung von Bleiberechten abgeschoben. Und da gibt es im Landtag bei den Altfraktionen leider Konsens, wird höchstens noch bei Schwerverbrechern, wenn das Kind also schon in den Brunnen gefallen ist. Dabei wäre eine Kurskorrektur in Sachen Migration so einfach gewesen. Liste der sicheren Drittstaaten erweitern, Grenzsicherung einsetzen, Vereitelung von Abschiebungen stoppen, bessere Identitätsprüfungen, Härtefallkommissionen abschaffen, die Zahl der Planstellen für die Bearbeitung von Aufenthaltsbeendigungen verdoppeln. Alles wurde im Landtag von den Altfraktionen abgelehnt. Deshalb, meine Damen und Herren, wer ein sicheres und wohlhabendes Baden-Württemberg will und für seine Kinder und Enkel erhalten möchte, für den gibt es nur eine Wahl. Das zeigen die Fraktionen in den Parlamenten immer wieder auf. Die AfD ist nötiger denn je. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.